Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Minigames von Minecraft. Auf Mineplex und da gehst du schon los. Na gucke. Ja, als kleinen Ersatz für das Minecraft Let's Play, weil momentan nicht möglich wegen Grafikkarte doof und wir wissen das Problem zu schätzen, so nach dem Motto, versuche ich jetzt einfach mal hier noch ein paar Runden aufzunehmen oder zumindest die eine, bevor die Grafikkarte und dann der ganze Rechner abkackt. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ziel ist es natürlich, wie immer, zu überleben, während die Dragons hier rumfliegen. Es wird auch nicht lang sein, aber wenigstens was. Besser als nichts. So, und da fängt es nämlich schon an. Die kriegseln da mit ihrem Blödsinn, mit ihrem komischen Buch. Da war ein Drache direkt hinter mir. Toll. Aber wir haben überlebt. Hier an der Ecke. Hier geht es uns gut. Hier stört uns keiner. Das sind schon die Leute auf dem Dach und hier fliegen die Drachen umher. Und da kam auch schon der Erste an und hat mich fast runtergeschubst. Frecher Drache. So, ein frecher Lümmeldrache. Hier liegen noch ein paar Teile rum. Ja, Grafikkarte. Sobald wie möglich wird es da natürlich Ersatz geben. Bis dahin müssen wir uns einfach noch ein bisschen gedulden. Ich genauso wie ihr. Leider. Ach, ganz viele Kartoffeln. Na gucke. Und die Drachen, die sind mir nicht wohlgesonnen. Da unten sitzt da einer. Hier oben sitzt ein Drache. Au. Blöder, blöder Kackdrache ist gemein. Hohoho. Schnell wieder ein Stückchen hoch. Ein bisschen Raum gut machen. So, hier ist eine schöne Ecke. Hier verstecke ich mich. Da aus der Insel kommen die Drachen raus. Und wir wurden ziemlich oft getroffen von einem Drachen im Moment. Das finde ich überhaupt nicht lustig. Ah. Und da wieder einer weniger. Mal gucken, wie lange wir überleben können. Unsere Axt haben wir noch. Ready? Und irgendwo. Nö. Nö. Ach, nö. Bin tot. Doof. Und ziemlich schnell gestorben. Aber als Vierter oder so, oder? Ich glaube, wir sind Vierter geworden. Weil jetzt sind noch drei da. Ich weiß es nicht. Wir warten trotzdem, dass die Runde vorbeigeht. Ey, der hat seinen Helm. Der hat, der guckt falsch rum. Ich möchte das für einer. Ich bin frecher Lübel. Hier pflicht noch einer rum, der auch ganz gut überlebt, anscheinend. Was sind ja nur die zwei? Oh, getroffen. Und hat aber Glück gehabt. Hier sind noch die ganzen Möhren und Kartoffeln. Ach. Ja. Warum nicht? Das könnten wir sein. Wir könnten jetzt hier spannend mit überleben. Aber nö. Nö. Uns haut so ein blöder Drache weg. Und Grafikkarte doof. Und wo ist er hin? Ah. Na gut. Wir haben halt nicht überlebt. Nicht lange genug. Ah, ich glaube Vierter, wo sind wir geworden. Vierter, Fünfter oder so. Irgendwas. Die Dreh wird sein. Na mal gucken. Wenn ich jetzt noch eine Runde dranhängen kann, kann ich das. Ansonsten verabschiede ich mich schon an der Stelle. Und Sarah haut's rein und ciao, ciao. 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 Vielen Dank.